hallo ihr lieben heute ist wieder epoxy tarts dran und ich weiß dass das video mit den trockenblumen immer sehr sehr gut ankommt bei euch das wird glaube ich habe schon vor ewigen zeiten mal eins hochgeladen und das wird immer wieder noch geschaut und ja dementsprechend habe ich mir gedacht mache ich mal wieder ein eingießen mit getrockneten blumen ich habe das wieder mit dem gel oder kieselstein oder wie auch immer von weiß dry oder wie auch immer ich versuche ich gucke mal ob ich euch verlinke und habe ich die blumen getrocknet ich hatte mir rote rosen zur seite gelegt und die dann eingetrocknet und mit diesem gel oder wie gesagt kieselstein oder wie auch immer sich das schimpft und genau dementsprechend habe ich das jetzt also in angriff genommen das war über ostern habe ich es gemacht weil ich da am meisten zeit hatte weil es immer ganz viele kleine schritte sind die dort beachtet werden müssen ich nehme euch einfach beim ersten mal jetzt mit bei der ersten schicht und damit ihr seht was da so dran liegt ja ansonsten zeige ich euch nur wie die schichten immer aufgegossen werden und selbstverständlich das ganze dann als ergebnis natürlich noch mal hinweis epoxidat ist letztendlich ein chemisches produkt da wird eine chemische reaktion mit befördert wenn man das ganze zusammen mixt das epoxidat besteht aus zwei komponenten aus dem harz und aus dem herter und ich nutze immer das resin vor dekor das ist für mich so das beste aktuell was ich so oder eigentlich schon immer für mich genutzt habe ja und dann ist logischerweise das ganze zusammenrühren also ich ihr seht ja ich habe jetzt angefangen das ganze zu mischen und dann ist wichtig das ganze gut umzuhören zu vermischen richtwert ist meistens je nachdem auf die menge halt so 34 minuten ich habe alles ein bisschen schneller gemacht beim jetzt zusammen mischen und rühren damit es nicht ganz so langweilig wird genau ich bin also müssen schneller unterwegs als in der echtzeit aber nicht viel wirklich nur ein bisschen damit ihr trotzdem noch irgendwie dem ganzen folgen könnt und ganz wichtig ist beim epoxidat auch dass dann das ganze mit handschuhen gemacht wird ihr seht ich habe meine handschuhe an ich habe die schon öfters genutzt deswegen sehen sie so ein bisschen mitgenommen aus aber ich kann schon sagen diese sind danach in den müll gewandert weil sie mir nämlich noch auseinander gefallen sind durch dieses epoxidat was an den ganzen handschuhen jetzt dran war sind die so ein bisschen porös oder wie auch immer von geworden auf jeden fall sind sie mir auseinander gefallen und ich habe sie dann wirklich weggeworfen ansonsten beim rühren immer auch darauf achten das ganze schön am rand auch um zu rühren am boden damit dort auch das ganze gemischt wird man sieht zu anfang sieht sehr klar aus in dem moment wenn man anfängt zu rühren dann kommt das ganze dann so ein bisschen in so eine milchige richtung und es wird so lange gerührt bis das wirklich schön klar aussieht ich nutze deswegen auch sehr gerne diese durchsichtigen sachen becher und freue mich da eigentlich immer sehr gut drauf dass das gut funktioniert genau ansonsten gibt es beim epoxidat farben es gibt mica farben alkohol in farben es gibt farben die als paste sind die sind meistens sehr wie nennt man das blickdicht also sind nicht wirklich transparent sondern wirklich man kann nicht durchschauen ich arbeite nur vereinzelt mit den ganzen pasten aufgrund dessen weil ich es anders schöner finde ich mag die alkohol in farben da kommen immer sehr schöne effekte raus und ja dementsprechend sind da halt immer ganz viele unterschiedliche möglichkeiten da um sich dem ganzen einfach mal anzunehmen ja ansonsten viel ausprobieren beim epoxidat ich mache es ja schon eine weile aber theoretisch ich glaube ich habe nicht mal ansatzweise alles was möglich ist dann genutzt hier gucke ich jetzt dass ich ich wollte diesmal drei blümchen drin haben das ist so ein kleines quadrat jahr als silikonform und ich dachte mir das sieht bestimmt ganz schön aus ich habe bestimmt ein bisschen hin und her gewusstelt aber ich fand es jetzt wirklich sehr angenehm und genau dann habe ich auch so ein bisschen überlegt gehabt dass ich so ein bisschen glitzer wieder rein mache und ich kann es vorweg nehmen ich mag das ergebnis sehr ihr seht ja hier rechts unten ist noch so ein ding das habe ich parallel gegossen das kann ich vorweg nehmen das werdet ihr so im ergebnis nicht sehen weil ich so unzufrieden bin mit dem ganzen ergebnis und das ist okay und aber ich werde es noch mal probieren weil ich das gerne für einen freund mache und er sich das gerne gewünscht hat und dementsprechend werde ich mir dann noch mal die zeit nehmen wie gesagt ich rühre ja jetzt an dann kommt das ganze zum aufgießen und dann sind es mehrere schichten je nachdem wie viel man immer gleich reingießt ich habe lieber kleinere schichten als extrem große und trotzdem sind mir ein zwei bläschen jetzt passiert aber ich finde diese blasen die kommen hauptsächlich aus dem aus der blüte von der rose und das ist dann so ein bisschen wo ich denke schade aber trotzdem finde ich sie sehr schön auch wenn diese bläschen dann da raus kam es hat auch wieder was so einen ganz besonderen effekt dann wenn diesen bläschen dann da sind ihr werdet am ergebnis sehen ich denke das gut zu erkennen was ich meine und hoffe dass ihr das genauso sieht und ja ansonsten wie gesagt ich habe relativ langsam versucht zu gießen um dort einfach auch die chance zu lassen das ganze halt wirklich in die ganz kleinen sachen rein zu kommen und das ist dann eine gute möglichkeit das so zu machen ich habe es dann meistens so circa zwei stunden trocknen lassen damit es halt also im solch vorstellen dass epoxidharz wird auch warm weil es eben diese reaktion hervorhebt und damit halt man hat eine gewisse gießhöhe und dementsprechend habe ich dann immer versucht wirklich wie gesagt so knapp zwei stunden habe dann geschaut ob es jetzt irgendwie noch warm ist oder auch schon wieder kälter geworden ist und erst dann habe ich weiter gegossen damit das halt nicht kocht und weil dann wird das ergebnis nicht sehr schön und aber wie gesagt ich habe es dann mit mehreren schichten gemacht und die sind jetzt alle so in der reihe ich zeige euch nur das schichten und nicht mehr das anrühren das anrühren hatte ich jetzt wie gesagt am anfang einmal mitgenommen damit ihr ungefähr gesehen habt es waren glaube ich so um die 150 gramm jeweils dass ich das gegossen habe beziehungsweise glaube 120 waren es eher aufgrund dessen weil die form ein bisschen kleiner ist bei der größe in die rechts unten zu sehen ist es ein bisschen anders da habe ich ein bisschen mehr genommen weil die form einfach größer ist aber wie gesagt ihr werdet leider nicht sehen weil ich so unzufrieden bin falls ihr natürlich ein fail sehen wollt sagt gerne bescheid aber ich kann es mir fast nicht vorstellen ich habe die aufnahmen noch aber wie gesagt ist für mich jetzt leider nicht so schön und genau hier ich gieße jetzt die nächste geschicht und während ich jetzt so fleißig meine ganzen sachen gieße sind noch vier schichten die kommen werde ich einfach so ein bisschen was erzählen ich gucke dass ich ich habe letzte woche pause gemacht mit meinen videos aufgrund dessen weil ich einfach festgestellt habe wenn die feiertage so auf dem wochenende fallen und ich lade ja meine videos immer sonntags hoch um 12 kommen die bastel videos und um 16 uhr die musik videos dann gucken meistens die leute gar nicht so richtig und ich habe jetzt diesen sonntag also den ostersonntag habe ich jetzt nur ein musikvideo hochgeladen und beziehungsweise das kam auch erst am montag und oder irre ich mich es kann auch sein dass es am sonntag kam ist aber auch egal weil ich war auf dem karfreitag bei einem auftritt von einer band und habe dann dementsprechend das video hochgeladen beziehungsweise zwei videos weil ich da gab es noch eine vorband und die habe ich einfach mal zum großteil mit gefilmt und habe mich da so ein bisschen dann ausprobiert und die andere band da bin ich öfter man sieht ganz oft auf meinem kanal dass die band mit live da schaue ich halt relativ viel mit und ja ansonsten könnt ihr mir natürlich immer ein abo da lassen ich weiß dass hört ihr von jedem ich bin jetzt aktuell das wechselt gerade immer so ein bisschen hin und her weil mal kommt einer mal geht einer wie gesagt ist für mich ein just for fun sache ich mache es für mich als hobby erstens ich verdiene damit sowieso kein geld einfach dafür sind wir noch zu klein und ich mache es für mich tatsache auch so ein bisschen ich habe damals angefangen mit seifen gießen und habe das ganze dann gefilmt und hochgeladen und das war zum anfang von corona und da habe ich dann irgendwo gedacht ach ich finde das eigentlich ganz gut erstens sehe ich dann immer was ich gemacht habe wie es gemacht habe kann später immer wieder darauf zugreifen auf die ganzen sachen und für euch zeige ich es euch in dem moment damit ihr halt seht was ist eigentlich möglich könnt ihr vielleicht auch ausprobieren oder ich habe eine zeit lang auch immer so eine dh weiß jetzt ausprobiert die ich einfach mal schauen wollte funktioniert das so wie das angepriesen ist habe jetzt leider nicht ganz so viele schöne sachen jetzt gefunden als dh weiß jetzt sonst mache ich natürlich auch wieder gerne falls ihr irgendwo ein set habt was ihr gerne mal sehen wollt wie man es macht oder ob es wirklich so gut ist dann schickt mir gerne den link oder kommentiert irgendwie im im video dann sehe ich es auch da ist halt auch wenn ihr fragen habt oder so schreibt gerne rein als kommentar und ich versuche das zeitnah darauf zu antworten beziehungsweise im zweifel auch zum beispiel mal ein video zu machen dazu weil ich das immer ganz schön finde wenn ich es euch dann vielleicht manchmal auch zeigen kann was dann möglich ist oder wie es funktionieren könnte ich weiß letztens irgendwann hat mal jemand gefragt welche farben oder irgendwie ähnliches und dann habe ich halt mit dem video beantwortet und das ist dann so die möglichkeit dieser gibt um euch da so ein bisschen zu helfen und zu unterstützen und genau kommentare finde ich auch sehr schön ich mag auch die daumen nach oben logischerweise es gibt immer wieder daumen nach unten wo ich aber denke ja gut ist dann halt so mag einer mag einer nicht ist für mich okay wie gesagt für mich ist es jetzt nicht so schlimm wenn es jetzt so ist weiß wirklich für mich mache und wenn jemand der meinung ist das doof zu finden was ich tut dann ist es okay ja ansonsten falls ihr jetzt so im hintergrund immer irgendwelche gehört ich habe das fenster hier auf heute ist der erste tag der so richtig warm ist irgendwie ich bin jetzt nicht so der große fan von der wärme aber irgendwo hat es auf jeden fall was gerade der frühling ist noch meistens ja noch nicht ganz so warm wobei ich heute 23 grad schon echt warm finde und dementsprechend werde ich gucken aber ich gehe heute abend wieder weg ich gehe in die chance mal und schaue also heute abend ist samstag ich mache heute erstes video sonst mal ist ja immer freitags und genau wird dort also eine band mehr anhören freue mich schon drauf ich war schon eine ganze weile nicht mehr da ich glaube im januar war ich da und freue mich aber eben auch immer auf die hafenbahn in tegel da gibt es immer wieder bands die sehr sehr gerne schaue und ich mit denen auch einen unglaublich schönen netten kontakt auch immer habe und dadurch gibt auch bands mit denen habe ich gar keinen kontakt auch das ist okay man muss mich nicht mögen ich bin da jetzt auch nicht so ich bin ja kein mensch der extrem auf extrem viele kontakte ist oder menschen für mich ist es eher schön wenn ich meine ruhe habe und den ganzen abend schön genießen kann ich bin ab und an wenn ich in der hafen war gibt es welche mit denen ich mich sehr gerne zusammensetze und oder eben halt auch unterhalte sind oft bands die die ich sehr gerne schaue und die aber selber zum beispiel in die hafen auch gehen finde ich also super und freue mich da eigentlich immer dann auch auf diese menschen ja ansonsten ist das jetzt mittlerweile moment ich muss mal gucken ein zwei drei vier fünf die sechste schicht und es kann sein dass es auch die fünfte ist wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe und dementsprechend sind wir fast am ende im moment dauert es noch aber ja hier seht ihr ich habe auch übrigens so eine kleine waage ich muss dazu ich werde wahrscheinlich diese waage demnächst austauschen müssen weil es ist leider frustrierend mir rutscht immer irgendwie apoxid tarts daneben und dann funktioniert das leider nicht mehr so richtig schön und ich bin mir dann immer nicht mehr ganz so sicher ob dieses ganze dann so funktioniert noch ob die richtig wiegt noch ist bisher immer alles gut ausgehärtet aber wäre natürlich schade wenn ich irgendwie was zusammenrühren was schön aussieht und dann auf einmal wird es nicht fest das wäre sehr sehr schade übrigens wer sich wundert ich habe hier rechts unten so zwei gläser auch stehen die silikonform ist so ein bisschen ausgedeckt und dadurch habe ich als ich epoxid tarts reingegossen habe in die große form habe ich zwei gläser dagegen halten damit das dementsprechend auch gut aushärten kann also da nicht wundern da funktioniert es ganz gut die kleine ist jetzt nicht so ausgedeckt die ist eher eingedellt aber eingedellt habe ich keine wirkliche lösung man sieht aber nicht wirklich beim ergebnis finde ich zumindest und ja ansonsten hier seht ihr schon so ein bisschen die bläschen die ich meinte vorhin beim gießen und aber wie gesagt für mich vollkommen in ordnung und macht es auch ein bisschen besonders also ich bin mein fenster glaube ich abgestorben es ist unglaublich warm und bei mir vom fenster ist so ein kleiner sportplatz da spielen die leute gerade immer fußball und das hört man jetzt natürlich auch oder eben die vögel die zwitschern die hört man auch ich weiß nicht ob man es über das mikrofon jetzt hört aber ja ja ansonsten meine woche war ziemlich anstrengend es ist einfach unglaublich blöd aktuell ich bin mir gerade noch nicht sicher wie ich damit umgehe und muss aber so ein bisschen mal schauen und werde da wahrscheinlich irgendwie noch mal ein bisschen gesprächsbedarf anmelden und dann werden wir schauen ob es eine lösung gibt oder gibt es keine lösung dann ist es halt auch so und ja ich finde es gerade immer so ein bisschen traurig also falls ich heute so ein bisschen motivations oder trauriger klingelt dann liegt es tatsache daran mich hat es schon ein paar tränen gerade immer gekostet und ich fand es sehr sehr traurig wie es gelaufen ist stehe aber auch dazu wie es gelaufen ist weil ich tatsache eine entgrenze gesetzt habe die für mich sehr wichtig war und mir geht es damit wirklich besser ich habe unglaublich viel auf arbeit dadurch schaffen können werde aber eben halt ich bin mir nicht sicher wie gesagt vielleicht kriegt das mit wie es weitergeht und dann schauen wir mal ja wir sind jetzt fast am ende weil die letzte schicht kommt und dementsprechend hier habe ich zum beispiel vergessen das licht anzumachen und manchmal leicht frustrierend wenn man vergisst das licht anzumachen aber ich hoffe es trotzdem alles zu erkennen es ist trotzdem gerührt und ich freue mich immer wenn dann die blümchen die ich eingieße halt wirklich auch schön rüber kommen also schon in dem in der silikon von selber freue mich natürlich auch wenn ich sie raus hole aus dem ganzen wenn es dann am besten funktioniert und ich mag das gießen generell sehr ihr müsst wirklich aufpassen es müssen handschuhe getragen werden es muss eine maske getragen werden ich glaube die hatte ich vorhin noch nicht erwähnt und da einfach immer gut gut aufpassen dass das dass da man nicht wirklich in diesem raum dann ist und dadurch ist es ein ganz wichtiger teil aber wie gesagt es lohnt sich ich mag sehr man muss zwar aufpassen man muss gucken hier auch mit dem feuerzeug um bestimmte mikrobläschen dann auch weg zu bekommen natürlich feuerzeug ist kein spielzeug und aber das ist es halt auch wert ich bin froh dass ich das damals mal ausprobiert habe und mir bestimmte sachen dann dementsprechend auch gegönnt habe ich mir ein paar silikonformen gegönnt habe viel farben viel glitzer und eben die becher die stäbchen und so weiter bin da relativ gut ausgestattet und freue mich da jedes mal drüber wenn ich eben schauen kann dass ich mir bestimmte sachen einfach auch gönne und mir nicht eben überlegen muss aktuell was ich für mich selber brauche hier kommt jetzt das ganze beim auspacken ihr seht also gleich das ergebnis und freue mich da schon sehr drauf was ihr dann davon haltet ich habe auch also einmal jetzt hier im licht das ganze gemacht und einmal auch im dunkeln das heißt es kommen jetzt auch noch fotos dann dazu und wie gesagt ich mag es halt sehr ich mag das ergebnis ich hoffe euch gefällt es auch schreibt mir gerne wie ihr das ergebnis findet ob ihr das genauso schön findet falls ihr fragen habt schreibt gerne in die kommentare und ich werde es bestimmt noch mal machen und auch eben auch in der großen form wo dann zum beispiel eben nur eine rose drin ist werde ich noch mal machen auch wenn ich es schon mal gemacht habe aber ich glaube es immer wieder interessant auch wie so sachen wirken wie sie auch über die zeiten schöner werden mit der mit jedem mal machen hier ist es jetzt im dunkeln da habe ich extra mich auf den flur gesetzt und es gibt ja diese lichtsockel die ich sehr sehr schön finde und freue mich da auch jedes mal drüber dass ich das mir damals auch gekauft habe und das war übrigens jeweils wenn so ein jingle immer kommt mein handy ich habe es vergessen auszumachen und ja und während ihr jetzt noch das ergebnis schaut wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen sonntag ich hoffe euch gefällt das ergebnis schreibt mir gerne gibt ein däumchen nach oben und ansonsten hoffe ich dass wir uns beim nächsten mal wieder sehen und bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald Vielen Dank.